Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Pelle und Joko retten den Wald aus dem Jumbo Verlag näher zeigen. Das Buch hat 32 Seiten, kostet 16 Euro und wird ab vier Jahren empfohlen. In diesem Buch geht es um die beiden Freunde Bär und Fuchs, die eines Tages beim Toben feststellen, dass ihr geliebter Fluss trocken ist und begeben sich auf die Suche nach der Ursache. Dabei begegnen sie zahlreichen Tieren im Wald, die auf das Wasser sehr angewiesen sind, wie die Fischchen zum Beispiel, die kaum noch Platz haben. Die Zeit rennt ihnen also wirklich davon. Deswegen, ja, sie beeilen sich, sie wissen die Wichtigkeit durch ihre Reise ist äußerst anstrengend. Sie kämpfen sich trotzdem voran, weil alle Tiere im Wald einfach auf sie zählen. Dann nimmt auch der Bär seinen Freund Fuchs mit auf den Rücken, damit sie endlich die Ursache finden und durchhalten. Und was es tatsächlich dann am Ende war für das Wegbleiben des Wassers und wie sie das Problem lösen, verrate ich euch nicht, aber das Buch hat meiner Tochter wirklich sehr gut gefallen. Es zeigt, wie wichtig Wasser für uns alle ist und wie sehr wir alle davon abhängig sind. Auch Freundschaft und Zusammenhalt spielen hier eine Rolle, sowie auch der Einsatz für andere. Finde ich sehr, sehr schön. Auch die Bilder sind sehr gut gelungen. Ein ganz tolles Buch. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut! Ein ganz tolles Buch.